Was zur Hölle ist das? Feinde! Paket sicher! Willkommen anbart! Doktor. Hände weg! Wir machen das! Ja, sicher doch. Yuri, ich verfolge Martin Lee. Ich glaube, er hat Doktor Michaels und den Teufelsatem. Verstanden. Schicke dir mehr Einheiten. Michaels lebt noch. Das ist gut. Wahrscheinlich möchte er ihn zwingen, mehr Teufelsatem herzustellen. Ich muss diesen Laster aufhalten. Oder Panzer. Oder was das ist. Ich kann sicher hinbleiben. Ja! 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 Wow! Da drin ist eine biologische Waffe! Alle Einheiten! Feuer! Wow! Warum schießen denn alle plötzlich mit Raketen? Spiderman, weg doch! Ah! Du behindest uns im Eis am Eden! Sorry, aber bei Operation Raketen in Manhattan bin ich nicht dabei! Ich muss die Jungs in den Wagen erledigen, bevor ich mir Lee hole! Du hast dich! Ah! Auf den Weg! Woah! Das ist ja noch nicht. Wir holen sie mich! Auf den Weg! Oh! Die Weg! Ich werde das Ding! Ich werde le petites Waffen, die ich legerisch! Ja! Machen wir es schnell! Dein Boss wartet auf mich! Der Retter naht! Er wird kommen und alle Sünder vernichten! Sorry! Lee! Geben Sie es her! Bremsflüssigkeit! Wie sieht es aus? Hast du Lee erwischt? Ich arbeite dran! Das nehme ich? Was machen Sie mit mir? Ich gebe dir eine neue Perspektive! Was zum Teufel? Ich muss ehrlich sein. Ich hatte gehofft, dich herzubringen. Meine Fähigkeiten verleihen mir eine gewisse Überzeugungskraft. Ich habe dich beobachtet. Ich habe am Rathaus auf dich gewartet. Du bist nicht gekommen. Wo warst du? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Wirklich zu schade, dass so viele starben und sie kein Held rettete. Der Officer hat dir das Leben gerettet, nicht wahr? Er war deinetwegen hier. Und Norman wollte ihn benutzen. Am Ende war es vergebens. Und was hat Norman überhaupt gemacht? Er ist weggelaufen wie eine Ratte. Er wusste, was passieren würde und ist geflohen. Norman ist für diese Stadt wie Krebs. Er muss vollständig entfernt werden, damit er niemals zurückkehrt. Er versteckt sich hinter seiner Lügenmaske. Ich werde sie zerbrechen und ihn ans Licht zerren. Setz sie auf! Werde einer von uns! Danke! Ich verzichte! Ja! So oder so! Du wirst zu mir kommen! Oh! All die verlorenen Seelen! Die Unschuldigen, die du nicht retten konntest! Martin! Ihr Blut knitt an ihren Händen! Du kannst Ausborn aufreiten! Du bist stark genug! Den Willen gebe ich dir! Sie liegen in den Gassen und du hast nichts getan! Ich kann nicht alle retten! Was ist schon ein Leben? Tausch mir! Mein Leben für eine Stadt voller Seelen! Du verteidigst Ausborn oben in seinem Elfenbeinturm? Das ist nicht echt! Zeig mir deine wahre Kraft! Auf die Knie! Ich reiße dir die Maske vom Gesicht und stelle dich bloß! Auf die Knie! Ich reiße dir die Maske vom Gesicht und stelle dich bloß! Die Schatten sind meine Wiener und ich gebe ihnen Kraft! Was? Weiß Maske! Ich muss die Maske zerstören! Ich hole sie aus der Dunkelheit, Martin! Unmöglich! Sie können zurück ins Licht kommen! Nein! Sie können zurück ins Licht kommen! Nein! Nein! Es ist wichtig! Nein! Es ist wichtig! Echt? Nein! 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 alles okay haben die es ja wie besorgt muss ich sein